Neu bei RTL Herzlich Willkommen, Spieler! 16 Prominente Ich komme nicht hierher, um Freunde zu finden. Und drei von ihnen sind Verräter. Einige von euch spielen falsch. Du weißt gar nicht mehr, wem du eigentlich in die Augen gucken kannst. Die neue Reality-Krimi-Show. Er ist es. Er ist es. Niemand ist sicher, alles kann passieren. Die Verräter. Vertraue niemandem. Ab 20. September. Neu bei RTL. 2